da komische augen steige ein wir holen ein bisschen medizin hier tom das könnte nützlich sein danke so was tritt das auto größte lecker 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 die 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 auch nie oder und jetzt fällt mir ein was für eine Mission das war oh ich wie ich diese Mission hasse wie oft habe ich sie schon durchgespielt und immer wieder verloren und verloren und verloren irgendwie hab ich das Gefühl ich schaffe die Mission niemals aber ich muss sie ja jetzt schaffen ich mache jetzt letzte Day hier auf uns Jungs wir sind gleich wieder zurück folgt uns einfach wenn wir herausfahren dann versuchen wir es mal beim Lagerhaus alles klar alles ist sie werden bereits erwartet dann nehmen wir gleich die Treppe ist besser so da jetzt voll die scheiß Mission jetzt geht's ab 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 jetzt geht's ich bin das hier ich bin das hier sind meine Partner und gute Kumpels haben auch eine Schwäche für guten Whisky und eure ist gut das stimmt er ist gut die Hauptsache ist dass Don Salieri ihn auch mag schließlich finanziert er den ganzen Handel hier ist eure Bezahlung für die erste Ware richtet Mr Salieri meine Grüße aus mit Leuten wie ihm mache ich immer gerne Geschäfte das glaube ich Bill vielleicht ist das euer Glückstreffer wenn die kleine Lieferung gut für uns läuft bestellen wir beim nächsten Mal eine Menge mehr oh oh ja jetzt sind seine Augen wieder normal oder was in Deckung was ist los verdammt wer sind die Feuer die Schweine Mist so ich schieße einfach auf die Wagen oder so geht's dem Typen noch gut extra raus zu rennen oder was ok ok haha ganz einfach ich hab viel am Laufen ich kann ja nicht drehen ich hab viel am Laufen ich hab viel am Laufen ich kann ja nicht drehen ich hab viel am Laufen ich hab viel am Laufen ich kann ja nicht drehen ich hab viel am Laufen So. Ja. So weiter geht's. So. 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 Halt ein, Mann! Wir müssen von dir verschwinden! Bill ist erledigt. Ich hab noch was zu erledigen. Ja, ich will jetzt ja... Was zum Teufel war das, Pauli? Wer waren diese Typen? Ich muss was vergessen haben. Okay, okay. Wir können hier nicht rumstehen, bis noch mehr von den Typen auftauchen. Hol mir die Laster und hauen ab! Tom, du fährst. Ich folge dir in einem der anderen Autos. Ich würd jetzt gern fahren. Wer hat das möglich? Tom, reiß dich zusammen. Ich kann jetzt nicht. Äh. Ja. Ich will jetzt nicht reden. Ich hab noch was zu erledigen. Ohne die Laster sind wir geliefert. Dann fahren wir halt mit dem Wagen. Dann steigst du ein oder was? Okay, halt nicht. Steig ein. Ey, steig ein. Meine Fresse, ey. Ach. Lass mich in Ruhe. Tom, reiß dich zusammen. Wir brauchen die Karte. Ich hab noch was zu tun. Okay, wahrscheinlich muss ich dich so... Komm, wo willst du hin? Wir brauchen die Laster. Ja, ich glaub, der ist oben, wenn mich nicht alles täuscht. Weil sonst würden die mich hier nicht dumm anmachen, ey. Scheiß, die Bäh. Wo ist der Laster? Jetzt wo? Wo ist dieser... Da ist dieser Gottverdammte Laster. Ich schreibe es auch ein? Nein, eigentlich. Nein, eigentlich. Ich... Ich... Vielen Dank.